Spur von der Resistance. Hulk muss sie verschreckt haben. Ich sollte besser runter von dem Ding. Was soll ich jetzt mit diesen Aufnahmen machen? Ziel Kamalakan festnehmen. Bedrohungstufe 1. Befehl. Ziel lebend ergreifen. Äh, seid ihr mir hierher gefolgt? Das ist echt gruselig. Ziel ist vorgerückt. Bedrohungstufe 2. Reaktion eskaliert. Geht! Geht! Ah! Ah! Oh Gott, Nadelhände! Ich hab keine Angst vor euch! Ihr bringt mich nirgendwohin! Zurück! Ich komme hier raus und ich nehme diesen Stick mit! Oh Gott! Schütze! Schütze nicht! Ich hab keine Angst vor sich! Oh! Hier! Hier! Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist neu. Ich bin riesig. Sie hat mir droht, Stufe 5. Angriff. Alle einreichen. Angriff. Ende die taktische Routine. Oh, nein. Reiß nicht die Sachen, Kamala. Oh, Mist. Übermelde ich das Ziel mit allen Mitteln. Das war's für heute. Kann ich hinter mir her? Okay, damit komm ich da. Johnny! 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 Jetzt klatschen! Ich bin ein bisschen schwindelig. Oh, nicht übergeben! Hey! Was machen Sie da? Oh, ganz ruhig. Alles okay. Ich will nur sicher gehen, dass du nicht stirbst, okay? Okay, okay. Sie können doch nicht einfach Leuten Blut ausnehmen. Ich weiß, ich weiß unter normalen Umständen sicher nicht. Doch dies sind keine normalen Umstände. Heilige Scheiße, Mann. Dr. Dr. Banner! Oh, nein. Highway 9. Von Highway 19 sind sie für 20 Meilen bis Highway 90. Wenn du Highway 90 nimmst, kannst du dir den Bus nehmen. Was nehmen Sie da? Ich habe wirklich, also wirklich ziemlich lange Zeit, ähm, als der Große verbracht, also... Seit wann leben Sie denn hier? Äh, ein paar Jahre, ja. Das ist bemerkenswert. Ja, das habe ich schon mal gehört. Also, deswegen verfolgen Aimbots ein Kind in die Wüste? Äh, nicht so ganz. Ich habe etwas gestohlen vom AIM-Server. Ha, was? Wieso? Wieso? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, okay. Ich denke, Sie sollten es sich selbst ansehen. Das ist Tarleton. Ja. Wieso schaltest du die Sicherheitsprotokolle ab? Äh, hat er gerade... Ja, genau. Genau. Das habe ich auch gedacht. Er hat Cap dort im Reaktor eingesperrt und wollte dann die Chimera entführen. Äh, das ist ein bisschen weit hergeholt. Wir wissen, dass der Reaktor eine Fehlfunktion hatte. Ist es möglich, dass Cap ihn darum bat, die Sicherheitsprotokolle auszuschalten und die Türen zu schließen? Wir haben die A-Day-Aussagen tausendmal gehört. Tarleton und Monika waren auf der Brücke, als es zur Explosion kam. Und nur deshalb haben sie überlebt. Aber das hier beweist, dass Tarleton nicht mal in der Nähe der Brücke war, als alles explodierte. Es beweist, dass er lügt. Und wo ist der Rest davon? Der Download wurde unterbrochen. Der Rest der Videoaufnahme ist beschädigt. Äh... Hören Sie... Was ist, wenn die Avengers reingelegt wurden? Okay? Tarleton, AIM, diese ganze Heilungsgeschichte. Es passt alles nicht zusammen. Da stimmt etwas nicht. Ich kann's fühlen. Sie nicht? Und ich dachte, du wärst eine kleine Diebin, die sich mit Caps Schild davon stiehlt. Also... Ich hab überlegt. Könnte Mr. Stark uns nicht helfen? Der Zentralrechner basiert doch auf seiner Technologie. Wenn uns jemand reinbringen kann, dann er, stimmt's? Ja. Da ist eine Bushaltestelle. Am Highway 9. Du fährst einfach immer nach Westen. Dann kommst du zu alten Freunden, die dir helfen können. Maria ist ein guter Mensch. Sag ihr, ich schicke dich und zeig ihr das alles. Aber sie haben doch das Video gesehen. Sie wissen, da stimmt etwas nicht. Tut mir sehr leid. Ich kann dir nicht helfen. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Aber sie sind Dr. Bruce Banner. Einer der genialsten Köpfe unserer Zeit. Geniale Köpfe? Sieh dich an. Sieh dir an, was wir getan haben. Du hast keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Talton nennt Menschen wie mich in Humans. Er meint, wir sind krank, gewalttätig und wahnsinnig. Er sagt, unsere Krankheit wird uns alle töten. Aber ich glaube das nicht. Keine Sorge, ich werde Mr. Stark schon finden. Warte. Ich... Ich bring dich hin. Wirklich? Ich... Vielen Dank.